Zuhause. Wir haben es alle nach Hause geschafft. Jetzt steht alles auf dem Spiel. Das ist Diebstand. Die Frage ist, was werden wir riskieren, um es zu beschützen? Fackeln wir das Ding mal ab. Obdachlos. Pleite versteht sich. Killer am Hals. Wenn dir jetzt vielleicht auch was Positives einfallen würde. Wir sind hier alle in Gefahr. Diese Krone. Ich bin wie ihr auf der Suche danach, aber ich weiß, wo sie ist. Wo denn? Marokko. Ich hätte nichts gegen einen kleinen Marokko-Ausflug. Lasst uns loslegen. Ich habe kein Interesse an eurem Schatzsucher Bullshit. Ich bring euch nach Nordafrika. Dann kriege ich meinen anderen. Dale. Ich bin ganz ehrlich, ich war drauf und dran, das auch zu tun. Was all der Leute ist ein Onkel? Ich bin ganz跟 feelsen. Ich bin so anschaut. Ich bin so au мороз… Onder ist ein Wie wir in der Weltwahn stecken! Was sollen wir tun? Wir zahlen sie in Heim. Wir zahlen sie in Heim.